Hey guys, ich bin jetzt im Bayram und das ist der Vlog. Spaß! Das ist mein Zimmer. Das ist mein Bett. Mal sehen, wie lange ich hierbleiben kann. Was ist denn die Mantra? Ich habe mir jetzt mein Frühstück gemacht und gehe damit jetzt zum Strand und esse es am Strand. Da ist das Meer. Oh mein Gott, das sind Riesenbälle. Kitesurfer, wie geil! Das ist mein Fahrrad zu probieren. Oh mein Gott! Also diese Montage ist auch schön und gut, aber in Wirklichkeit sah es so aus, dass meine Kette die ganze Zeit rausgesprungen ist und ich mein Fahrrad eher als Laufwadsberg aufgenutzt habe. Und es waren so viele Stufen auf dem Weg dahin, weil wir nicht über die Straße wollten, weshalb wir die ganze Zeit unser Fahrrad tragen mussten. Das ist so hart. Ja, das ist okay. Ja! So schwer! Ich bin jetzt fertig. Okay, ich gehe zum Pause. Ich habe was zu essen. Oh, so zu. Ah! Look at this, I have a snare. ahootsdam. Das war mein kleines Kuhito-Baby. Und ich glaube ich kann es noch morgen gleich mal die erste. So, sagen wir ja. Ich weiß nicht, warum. Ich habe hier den ersten. Mein Vater ist wirklich so schön. Ich habe keine Hose an. Ja, das ist echt schön. Hallo, ich habe keine Hose an. Hey! Longe re-wash time. Ich habe keine Hose an. Ja, es ist echt gut. Ich war gerade das erste Satin. Es war super geil. Es ist wirklich ernst. Bis zum hier. Bis zum hier. Bis zum hier. Warte, warte, warte. Ich muss jetzt arbeiten. Ich habe heute richtig für Volleyball gespielt. Ich war Satin mit meinem Eiklitzer. Und war auf dem Markt. Und jetzt arbeite ich nicht. So habe ich mir mein Leben hier vorgestellt. Das ist cool. Boah, das Bistblut kostet 23.000. Wie will ich mir das Buch eigentlich holen? Ja, es kostet 23 Dollar. What the hell? Okay, also ich habe mir gerade dieses Buch geholt. Ich habe es mir aber nicht gekauft. Sondern ich habe einen neuen Freund im Buchladen gemacht. Wie cool ist das bitte? Ich habe einfach... Also er hat mir sein Buch gegeben und Donnerstag mache ich was mit dem. Wir gehen wahrscheinlich zu einem Wasserfall oder so. I just came out here to read my book. It's fucking gorgeous! Look at how cool the water is! Look at how cool the water is! Oh my fucking god! It's so pretty! Hey! Hier ist das Buch her. Ich bin auf Strand. I have now relocated. Das Meer. Immer noch schön. Ja, da ist so. War noch schön. Der Tee. Immer noch in der Schüssel. Mit dem Crack. Ich bin sonnige Brand. Weil ich heute wieder surfen war. Und schon mega cool. Ich habe voll Spaß gemacht. Ich werde morgen wieder surfen. Das ist so cool! Oh my god! Für sowas bin ich nach Australien gekommen. Es ist gerade so schön. Ich bin richtig überfordert wie schön es ist. Das Buch ist richtig gut. Ich habe heute coole Leute getroffen. Ich koche gleich was mit jemandem. Oh my god! 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 Was sind die Aussagen, die du und du trinkst? 1, 2, 3, 1 3, 2, 3, 2 Ich war jetzt für die falschen Surten. Oh mein Gott, das sieht schrecklich aus. Ich bin jetzt hochgegangen, um was zu essen, zu trinken und Sonnencreme nachzutragen. Und jetzt gehe ich weiter surfen. Look at how pretty the ocean is. Das ist super. Hier geht es immer weiter. Ich könnte jemanden kommen in. Ich bin jetzt gelesen, das Buch von dem Typ, der... Und ich habe lösen Sonnenbrand. Obwohl ich mich heute dreimal eingeklicken habe. Ich habe 2,55 Meter. Okay, ich war jetzt surfen. Die Wellen sind shit. Jetzt werde ich duschen. Und habe jetzt das Buch. Und ich bin mittlerweile an einem Part, wo ich mir denke, das ist so ein gutes Buch. Das war's jetzt mit meinem ersten Byron-Blog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt kommt die Autohäne. Oh mein Gott! Die Autohäne. Oh mein Gott. Oh mein Gott!